Oida, was geht ab Leute? Team Bubbelt hier. Heute wieder mit einem Finale von unserer TPT-Liga. Diesmal spielt Chong. Hat er wieder ins Finale geschafft. Wieder mit Cosmo gegen Pidokyo und seinem Seraph PP-Deck, was auch in letzter Zeit öfter gespielt wird. Wie immer ist das Turnier gesponsert von Yu-Gi-Oh! Card Market, die immer ein paar Gutscheine hinterlassen, also falls ihr welche gewinnen wollt, schaut zum Beispiel mit, vor allem weil das jetzt die letzten sind. Nicht nur für dieses Jahr, sondern allgemein werden das wahrscheinlich die letzten sein. Wir werden noch ein Update dazu machen und dann haben wir für das nächste Jahr schon mal was Neues, was anderes geplant. Kommt nochmal eine Ankündigung, aber die zwei, die jetzt noch online sind auf Strife Warrior, könnt ihr abchecken und alle Infos dazu unten in der Beschreibung werden die letzten für dieses Jahr sein. Also schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr nochmal mitspielen wollt. Ansonsten viel Spaß beim Duel! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.